Willkommen zurück zu Shubble Knight. Knöchlers Steinbruch. Ich kann mich nicht durchboxen. Ich wünschte, ich könnte einfach durch die Erde sausen. Meinst du etwa so? Okay, denn ich kann das jetzt nämlich. Na? Na? Genau, ich kann das. Und ich kann mir das ganze Geld holen hier. Ich hoffe mal, dass das gut geht. Ich weiß nicht, ich irgendwo wieder verkacke. Äh, ich sehe schon. Timing ist hier gefragt. Oh nein, nicht die. Die boppen doch hier alles weg, ne? Hört mal auf, hier alles weg zu boppen. Ich mach dich ja mal selber den Boden unter den Füßen kaputt. Ich sagte aufhören. Also bitte. Dann mach ich selber auch noch den Boden kaputt, ey. So, ich wüsste natürlich schon gern, was sich da drin verbirgt für mich. Na ja, das ist so Geld. Ich mein, war da wieder. Allerdings hab ich jetzt die Handschuhe nicht mehr ausgerüstet. Oh, meine Güte. Wie klappt das denn? Wenn ich boxe mich da dreimal durch, dann springe ich unten ab. Und dann boxe ich wieder nach links, ne? Nein! Ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch... Ich hab nicht geklaut. Oh, wisst ihr was? Das ist mir jetzt echt zu gut. Tschüss. So, zweimal. Ach so, ja. So zeitkritisch ist das gar nicht, wie ich dachte. Ähm, das Problem ist jetzt nur... Genau. Wenn ich da rübergehe auf die Blase, kann ich da nicht überspringen. Okay, wir werden wieder zurück. Aber dank der Schaufel kann ich ja mein Geld ganz gemütlich wieder zurückholen. Was? Oh, nein. Oh. Ähm, ich frage mich, ob ich hier... ...mit das Geld hochholen kann. Ja, kann ich. Haha, links nicht so. So, dann... Was? Komm schon, das war nah genug dran. Ah, wisst ihr was? Scheiß auf das Geld. Kann ich mir das jetzt von dir irgendwie holen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Komm schon. Ich habe rechtzeitig runtergedrückt. Jetzt, äh, äh... Ah! Es ist ja nicht so, als ob es schwierig wäre oder so. Ich stelle mich einfach nur... Ich stelle mich einfach nur drum an. Denn wie ihr sehen könnt, habe ich hier... Und ich habe es sogar beim letzten Mal geschafft. Hier unten zu sterben. Was ich sehr peinlich finde. Denn irgendwie... Liegt mir dieses Level überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Die da habe ich schon besiegt. Beim... Keine Ahnung... Zweiten oder durchlaufen. Ja, plötzlich... Ich fange nicht alle raus. Halt. So, das ist noch Spaß macht, so zu schauen. Da wird der Zukunftsfunkluck ruhig ganz viel Spaß haben beim Schneiden. Aber ich habe es geschafft. Hier ist der Schatz. Und ein beschissenes Notenblatt. Yay. Ich glaube, ich habe jetzt sogar weniger Geld als vorher, weil ich tausendmal gestorben bin. Und ich komme mir ja... Achso, ja. Ich glaube, ich komme mir noch raus. Ach ja, was soll's. Kommt. Ich kämpfe jetzt nochmal gegen dich. Ach so, ja. Richtig. Da war ja was. Geht ihr da oben, da hinten in die Ecke, bitte alle beide. Ja, vielen Dank. Und dann kann ich euch ganz gemütlich damit auf einmal ziehen. Ich bin ja schließlich hier der Aufladenheit. Oder? Nee, bin ich nicht. Frengenommen, endlich. Ich bin der Shovel Knight. Ich habe im letzten Moment noch dran gedacht, dass ich rechtzeitig reagiert. Ja, mit so was. So, jetzt kriege ich doch bestimmt auch mit so was. Oder? So nach Anker? Ja. Das dachte ich mir. So, und für den da vorne hätte ich gerne den Feuerstamm. Und dann schubst er mich schon wieder runter in dieses beschissene Loch da im Boden. Was soll das? Ernsthaft? Was soll das? Warum ist da so ein fetter Gegner, dem ich kaum ausweichen kann? Und der so dermaßen Rückstoß hat, dass ich nicht kontrollieren kann, ob ich in ein Loch falle oder nicht? Ernsthaft? Was soll das, Spiel? Gib mir doch wenigstens eine Chance. Da unten ist so wieder der Gegner drin. Will, lass mal. Ah. Tschüss. Ja, komm mal her. Wir machen das jetzt mal so. Wir machen das jetzt mal so. Fein. Dankeschön. Jetzt ist der, jetzt ist der bitte. Was? Warum ist der schon wieder da? Habt ihr doch gerade besiegt. Was soll das? Warum ist der wieder da? Ernsthaft? Was soll das? Was zur Hölle? War ich schon so weit weg, dass er die Spawned ist, oder was? Fände ich ja uncool, wenn das so schnell ginge. Aber generell finde ich uncool, dass es so schnell geht. Ich hatte das Spiel irgendwie besser eingeschätzt, als so fair. Naja. Ich sollte mich nicht über das Spiel beschweren, sondern über meine fehlenden Skills eigentlich. Denn ich schätze mal, die Entwickler haben sich schon was dabei gedacht. Und das bestimmt auch ganz fleißig getestet. So. Ich kann hier mal eine Schaufel. mir leisten. Und zwar hätte ich gerne die aufgeladene Schaufel. Dankeschön. Ah, damit kann ich den hier auch gezielt machen. Ohne vorher nach unten zu schlagen, nach unten zu stürzen. Ähm. Eine Erkürzung. Ja, das klingt doch gut. Ah, klasse. Deswegen heißt es wohl abkürzend Fragezeichen. Wahrscheinlich schubst es mich erst nach vorne. Wenn ich auch mal tatsächlich da vorne war. So, was mache ich denn jetzt noch? Die Folge ist irgendwie, keine Ahnung. Ach komm, so ein kleiner geht noch, oder? Die Folge hat ja gerade angefangen. Oh, die Verzauberin. Mit dir an unserer Seite, Black Knight, ist die totale Macht zum Greifen. Ah. Ich flehe dich an. Nimm dir meine Worte zu Herzen. Mir geht es allein um deine Sicherheit. War das die Verzauberin? Sag mir. War... Du. Bist du diese Scherade noch nicht leid? Halt dich da raus. Du bist noch keinem blind gefolgt, Black Knight, aber der Orden und die Verzauberin müssen weg. Narr. Du wandelst auf einem Pfad, der dich ins Verderben führt. Der einzige Pfad, den ich suche, führt zum Turm des Schicksals und ich werde ihn erreichen. Niemals. Stähle deine Schaufel. Ich würde gerne... Lister. Hihi. Treffer. Treffer. Hihi. Nö. Lass mal. Aber wahrscheinlich kann ich das in jeder Teil auch von ihm reflektieren und auf ihn zurückwerfen. Schätze ich mal. Ah. Doch. Haha. Mit einem geladenen Schlag habe ich hier den letzten Treffer verpasst. Hahaha. Mit meiner neu geladenen Schaufel. Sieg. Sieg über Black Knight. Äh. Moment. Moment. Was? Was war das denn? Was war das denn? Äh. Hier gibt es frostige Flucht. Dafür muss ich Polar Knight besiegen. Hier gibt es Propeller Knight. Und hier Tinker Knight. Hm. Ich glaube... Ich mache hier noch eine frostige Flucht. Guten Tag. Angegrauter Seher. Was für gefährliche Klippen. Du willst doch weiter? Dann solltest du besser fliegen lernen. Hahaha. Äh. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Ich würde gerne fliegen lernen. Tatsächlich. Und zwar möglichst bald. Und ich schätze mal, dass ich das bei Propeller Knight lerne. Gerechtigkeit der Schaufel. Oh, die gehen kaputt. Ja. So zu wissen. Finde ich ja uncool, dass ich das... Wow. Was? Dass ich das direkt über einem Abgrund zum ersten Mal erfahre. Ich wäre da beinahe draufgesprungen ohne... Äh. Wisst ihr schon, ne? Warum komme ich da jetzt nicht rüber? Ich wäre da beinahe draufgesprungen ohne Geschaufel nach unten zu tun. Ui, 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 ui. Ah, toll. Achso, ich komme dann wieder hier runter. Ja, okay. Das ist ja... Das ist ja gut. Immerhin bin ich leider nicht tot. Und wenn ich wieder hochkomme... ...ist die Plattform halt wieder da. Ähm. Geh mal weg. Nein. So ist das besser. Ich muss leider nicht zurückschießen. Aber ich kann das hier tun. Haha. Was? Okay. Wind. Wind. Tschüss. Gegner. Aha. Ei. Ei, ei. Da gibt es... Ei. Ich sag, sie darf bleiben. Achso. Oh. Was? Das geht nicht, wenn die geladen sind. Warum? Ich konnte den doch vorhin auch schlagen, als ich in der Luft war. Hier, zwei höher. Konnte ich den schlagen in der Luft. Ich zeig's dir, ich spiele. Ich zeig dir, dass es geht. Ich finde das ja... ...dumm, dass sich das anders verhält, wenn ich mir der Schaufel zuschlage. Achso, okay. Tut es nicht. Dann habe ich mich getäuscht. Ey. Ich habe mich getäuscht. Ich nehme alles zurück. Mein Fehler. Das habe ich hier vorhin ja per Magie gemacht. Nicht per Schaufel. Was? Achso, ah. Der kann die auch kontrolliert zerspringen lassen. Die zerspringen sogar automatisch, wenn ich auf der Höhe bin. Wow. Das ist gemein. So, dann kann ich den da jetzt wiederholen. Wie komme ich jetzt da drüben? Ah, so. So. Achso, nee, warte mal. Ich brauche dich hier, gell? Achso, was brauche ich hier alles? Da links unten habe ich jetzt alles gewohlt. Den da oben habe ich. Ich könnte mich ja noch ein bisschen heilen. Nein. Ja, so geht das, genau. Na, den bin ich aber wieder dengeltsack. So sieht es nämlich aus. Wow. Was tust du in dir? Ach, der kann fliegen. Richtig. Das, was ich ja auch lernen will, weswegen ich hier bin. Mein Geld. Okay. Was tut dir? Ich kann sie auch gesichtlich nicht abschießen. Aber ich kann darauf springen. Kann ich in die Kanone rein? Nö. Okay. Bin nun ungeforscht. Ich muss das auch immer ausprobieren. Ah, der kann mich auch zur Seite fußen. Der Wunschmeier natürlich. Interessant. Oh, das ist gemein. Ich glaube, ich verwende hier einfach das hier. Ach so, nee, warte mal. Ich kann ja nur... Ich kann nun einfach... Ich weiß nicht. Nee, 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 nee. Ich kann schon da. ja ich glaube ich bin über dann genau das möchte ich tun und dann ja das Ausblendermedalion ist doch schon wichtig damit genau sowas nicht passiert du bist dann wohl Propeller Knight was was warum konnte ich mich da gerade nicht bewegen ach so ah wenn der auf den Boden knallt okay kann ich ihn nicht zurückschaufeln zu ihm doch genau oi 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 nein 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 ich kann mich immerhin ausblenden ja haha das kann ich tun und dann habe ich ihn auch schon wow halb Lebenspunkt übrig puh ach Moment das war gar nicht der Propeller Knight gell das war einfach nur so ein Zwischenboss das war einfach nur so ein Zwischenboss dankeschön warte mal das ist doch am Boden oder was warum kann ich da nicht durch das ist kein Boden also warum kann ich da dann von unten nicht durch ja kommst du wieder ich würde gerne da runter und da rechts wandern ach was guck mal ich kann ja auch das hier wechseln ne nicht wechseln sondern einfach anschauen was ich so habe okay da ist immer einer nacheinander jetzt der erste zweite dritte vierte 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 also naja genau jetzt hui aber so darf das sein so ist es in Ordnung das ist so das bei mir vorher zeigt mand ich verdammt was zur Hölle ich meine ich bin ja froh darüber dass ich nicht tot bin aber was zur Hölle was zur Hölle so geht das ach und hier ist ein Speicherpunkt vergiss es hey ich finde es ja seltsam dass die in der luft so gewinnen können ohne selber in die andere Richtung weißt was ich meine so Physik und so so jay scrolling level ach Moment die Blätter sind ja harmlos ah richtig ich kann mir hier ja so ein Ding gesorgen das mich nach oben treibt haha das ist ja eine Wand ich dachte gerade das wäre Hintergrund irgendwie habe ich manchmal so ein bisschen Probleme mit Dingen zu erkennen ich will da hoch jawohl so sieht es nämlich aus da will ich hin und ich glaube diese Folge hat überlänger bis zum nächsten Mal das Level geht noch eine Weile bis zum nächsten Mal